so leute wir haben jetzt diese rinne vorher haben wir ja probiert gehabt die große mit der 30er und wir haben die jetzt wieder ausgetauscht auf die normale sluice die easy sluice die normale und ja die läuft halt deutlich besser da ist das kann man ja auch klar sehen wir haben ja hier schon gold drin ich zumal da ein bisschen rein kann ich überhaupt rein zu nehmen da ist einer da setzte den da das ist ein schöner größerer und wie gesagt das ist ja hier der bereich ist ja der sichtbereich mit diesen auswasch matten vom pro etni und das sind hier die normalen fast und slow oder was ich geheißen also die normalen auswasch matten und sieht hier den schönen austausch wunderbar funktioniert sehr nice keine frage im gegensatz zu der anderen das fazit ist dass wir ja vorher eine 30er gehabt haben mit einem einlauf 50 cm und diese ist jetzt hier nur 25 cm breit ja und das fazit ist einfach die andere braucht einfach zu viel wasser zu viel wasser und der grad wenn man jetzt von der steigung oder von gefälle her geht ist halt wirklich dem muss man genau erwischen wenn man wenig genau erwischt dann hat man vorne den stau oder hinten spielt sich das raus weil in zu viel strömung ist also der also man hat dann praktisch einen ganz schmalen grad dass man dann eben die rüsseln die matten frei laufen lässt das ist hier nicht der fall die ist halt optimiert auf die breite und auf die länge was wir jetzt mal testen möchten ist dass man uns solche 25er kaufen hier so wie die sand hier und für die key mit mit praktisch mit mit trichter wenn wir uns mal bauen und dann gerade eben auch bei diesem flachwasser hier oder wie auch immer na gut das ist jetzt hier strömungsarmungswasser dieser bereich der da ist jetzt schon ein bisschen krasser hinten habt ihr dann oder im nächsten video zeige ich an die key wie man die in ein schnellwasser füllt und so weiter guckt euch das an ist das geil was für eine schöne aussicht wenn man hier jetzt auf dem stuhl sitzt so wie ich jetzt hier einfach schön anzusehen diese wassermassen wie sie sich da bewegen wie die sich das hinten aufstauen auch geil anprallen sagt man da eine gut leute ich wünsche euch noch jetzt wünsche ich euch einen schönen sonntag es regnet hier wie es auch könnt mich ja mal angucken just ein moment so so sehe ich aus total crazy total nass unendlich so sehe ich aus nicht schön das wetter aber wir goldschirfer wir sind wir sind harte kerle leute ne gut wir sehen uns tschüss ich mache aus